Hey Leute, willkommen zurück zu D-Leut. Okay, letztes Mal hat er hier wohl nicht gespeichert und ich musste eben alles nochmal machen in den Kanälen. Ja, sehr schön, ne? Jetzt hab ich mich schon mal darauf eingestimmt. Jetzt kann's schön weitergehen, ja. Egal, das einen Pech ist das anderen Glück. Jetzt hab ich dieses nette kleine Privatbüro mit einem Schreibtisch, das ich verwenden kann, wenn Mörser es nicht braucht. Es ist fast wie meine persönliche kleine Festung. Wer war das eben schon wieder? Der Krähenmann? Ne. Das scheint noch nicht zu funktionieren. Ja, ja, das hatte ich letztes. Okay, dann head doch auf mit sowas. Ist das widerlich, wisst ihr was? Ja, aber dafür hab ich schön Zeug über, ne? Ich bin nämlich einfach nur durchgerannt die ganze Zeit. Ich glaub, zum Zugucken ist das wahrscheinlich eher langweilig, aber zum Selberspielen total super. Mörser hat mir gesagt, ich könnte nicht mehr in mein Büro kommen. Er sagte, es gäbe zu viel Arbeit für mich und ich könnte nicht ständig hierher kommen. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass ich diesen Ort brauche, dass er mir dabei hilft, mit dem Stress fertig zu werden. Wieso interessiert es ihn überhaupt? Ich kann irgendwo sonst schreiben. Dies ist der einzige Ort, wo ich die wahren Dinge in meinem Kopf hören kann. Aha. Es ist komisch, hier unten bin ich nie allein. Es ist, als ob meine Mutter bei mir wäre. Aber sie ist vor Jahren gestorben. Hier ist irgendwas und ich kann es nicht aufgeben. Ich glaube, ich gehöre hierher. Ja, wenn du meinst. Also, ich wollte hier unten nichts... Wer ist das? Ist das vielleicht Sarah? Es ist eine sehr zierliche Person. Es könnte auch... Oh mein Gott, was war das? Ah, die Rohre. Ja, das ist nichts Ungewöhnliches. Das kenne ich. Einer der neuen Wärter ist verschwunden. Wir gehen hier normalerweise nicht hinunter, aber Mörser hat uns aufgetragen, ihn zu finden, bevor er unsere Arbeiter schwert. Ich hoffe, dem Kerl geht es gut. Ist das der Wärter? Was hat es mit diesen Öfen auf sich? Die scheinen ja noch... Oh, das ist ein Schiffshorn. So ein Nebelhorn. Also, die Öfen scheinen ja noch befeuert zu werden. Irgendwas muss hier also sein. Irgendjemand muss hier sein vielleicht. Immer schön schütteln, Sarah. Sonst geht das Ding wieder aus und wir sind alle traurig. Mid-Island Hospital. Instandhaltungsbericht. Datum 13. Oktober 1932. Mitarbeiter Adam Pearson. Gewartet. Stromversorgung zur Brücke wiederhergestellt. Nach dem schweren Regenfall vor kurzem haben wir die Brücke fast verloren. Nicht vergessen, wenn der Wasserpegel steigt, muss die Brücke geöffnet werden. Das ist der einzige Weg, um hier herauszukommen. Wenn die Stromzufuhr erneut ausfällt, muss sie wiederhergestellt werden, bevor die Brücke bedient werden kann. Alle Mitarbeiter im Pumpenraum müssen mit diesem Ablauf vertraut gemacht werden. Schließlich soll hier unten niemand festsitzen und die Fähre von der Insel verpassen. Ja, das wäre ja auch grausam. Oh, was? Ach, das sind Leuchtstäbe. Das ist ja super. Oh, dieses Stück Stoff. Es ist schwer, der Anfall, wenn ich das sehe. Okay. Wir haben ihn gefunden. Wir alle wussten, er war verärgert darüber, wie ihn einige der anderen Wärter behandelt haben. Aber die Docs haben uns gesagt, sein Tagebuch würde ihm helfen. Ich habe es gelesen und dachte, ich finde vielleicht einen Abschiedsbrief. Aber sein letzter Eintrag ergibt keinen Sinn. Ich habe den Inhalt zur besseren Übersicht her übertragen und wir werden ihn der Polizei übergeben. Für den Fall, dass es sich um einen Code handelt. 13, 13, 13, 13. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. Und so weiter. Und so weiter. Und so fort. Vielleicht ist es ja auch ein B. Und dann hat er die ganze Zeit geschrieben, B, 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 B. Und man weiß es nicht. Doc, ich habe getan, was Sie mir gesagt haben. Die Aufzeichnungen von Patientin 13 wurden zerstört. Und wir haben alles, was sie jemals getragen, verwendet oder gebastelt hat, im Heizofen in der Kanalisation verbrannt. Woher wussten Sie vom alten Heizofen unten in den Tunneln? Da unten scheint seit Jahrzehnten niemand mehr gewesen zu sein. Ich wette mit euch, wir sind Patientin Nummer 13. Ich habe es schon mal gesagt. Das sind wir, Leute. Bestimmt. Oh Gott, Leute. Ich glaube, ehrlich gesagt, der Typ, der existiert gar nicht. Das ist unsere innere Stimme oder sowas. Ich habe da schon ganz interessante Vermutungen gelesen, dass wir vielleicht tot sind. Dass wir die Frau sind, die sich da umgebracht hat und uns quasi selbst heimsuchen oder sowas. So, kann ich jetzt vielleicht den Heizkessel oder so? Ich schmeiße das Ding mal weg. Das stört mich jetzt ein bisschen. Ich sehe hier gar nichts. Ich kann jetzt wohl mit der Apparatur irgendwas machen, glaube ich. 10 Uhr. Wer es glaubt. Diese hier, geht das jetzt? Das ist tatsächlich. Ah. Okay. Okay. Oh, ja. Wann ich. Oh, dieser Typ, der macht mir Angst mit seinem Oh Gott, ich sehe hier Da geht's doch rauf Schau, komm herauf Oh Gott, ich bin draußen, Leute, ich glaub's ja gar nicht Fangen wir den Stab Wo bin ich so nah, so nah und auch so fern Ist das da vorne die Stadt? Seht, da vorne ist die Stadt Oh, wir haben's geschafft Und warum waren wir jetzt hier? Ich verstehe das immer noch nicht so ganz Was war der Sinn dieser Reise? Na, vielleicht kommt ja bald das Ende Oh Gott, oh Gott, oh Gott Aber irgendwie ist es immer noch ziemlich anspannend Die Stimmung So angespannt, nicht anspannend Kann die Stimmung ja schlecht machen Wenn, dann spanne ich mich an Oder komm ich nicht mal rauf Hier, was ist das denn? Ach ja, Gas Was machen wir da mit? Ist ja irgendwo rüber Kann ich da rüberklettern oder so? Ach so Du kannst mit Seilen Du kannst auf manche Objekte Mit Kisten, mit Seilen können bewegt werden Ach, interessant Aber was habe ich jetzt hier gemacht Ist die Frage Oh ja, noch mehr Flares Oh, wenn da nochmal so ein Kasten kommt Dann werde ich die bestimmt brauchen, ne? Wo ist denn der Schlauch? Hallo? Wahrscheinlich brauche ich da für irgendein Behältnis Oder sowas Vielleicht Benzin? Oh, da schläft so einer Armer Kerl Der Typ, der ist mir total suspekt mittlerweile Dafür war das da Oh Ja, hätte die mir gleich sagen können Mensch So, komm weg mit dem Teil Ich mag die nicht Dieses rote Licht im Gesicht Da werde ich wahnsinnig So Oh, guck mal Der Schuppen brennt auch Das ist ja schön Dass die Explosion hier nicht alles weggefetzt hat Wundert mich Die kann ich bewegen, die Kiste Das ist gut Oder hätten wir es noch was? G&C Investments Datum 19. Mai 1986 Betreff Jason Bertelli Es wird vermutet, dass er den Sturz überlebt hat Aber später seinen Verletzungen erlegen ist Der Verlust der Augen ist ungeklärt Obwohl manche glauben, es könnte sich während des Sturzes ereignet haben Die Ärzte wollten eine Autopsie durchführen Aber wir werten die Angelegenheit als Unfall Und wenden uns anderen Dingen zu Die Familie des Verstorbenen wurde benachrichtigt Okay, warum verlieren die alle ihre Augen? Das ist irgendwie so ein zusammenhängendes Merkmal dieser ganzen Unfälle Unfälle Und ich glaube nicht, dass das Einfach so passiert Kannst du loslassen? Danke, Sarah Das ist lieb von dir Und jetzt bitte raufklettern Jetzt macht sie es Und auch hier, bitteschön Und auch hier, bitteschön Ganz toll, meine Liebe Muss ich da rein? Da liegt noch was auf dem Äh Hier liegt nicht Es klebt an der Wand GNC Investments Datum 26. Mai 1986 Betreff unerklärliche Vorfälle an Baustelle Vorfälle an Baustelle Mehrere Beschwerden von Arbeitern, die Dinge gesehen haben wollen Auf die Frage hin, was sie gesehen hätten, haben einige geantwortet Sie würden Personen aus den Augenwinkeln wahrnehmen Doch wenn sie sich umdrehen, ist niemand da Ein allgemeines Gefühl der Furcht und des Beobachtetwerdens Scheint alle Arbeiter erfasst zu haben Die meisten Beschwerden kommen aus der Nachtschicht Dort haben Arbeiter sogar angegeben Sie hätten tatsächlich Personen im Konstruktionsbereich gesehen Das ist ja schön Die sehe ich auch die ganze Zeit New Kipling Herald Charterboot fängt Feuer 16. Juni 1939 Eine weitere Tragödie erschüttert New Kipling Diesmal hat das Charterboot Compass Lily Während einer Umrundung der Küste von Mid Island Feuer gefangen Zu dem Zeitpunkt sollen sich 1342 Personen an Bord befunden haben Letzten bestätigten Zahlen zufolge haben nur 332 überlebt Die Überlebenden wurden sofort in das Mid Island Hospital gebracht Und dort erst versorgt Und das war ein großer Fehler Kann ich mir denken Okay, also laut der Karte muss ich hier lang Aber ich hab da überhaupt keinen Bock zu New Kipling Herald Charterboot fängt Feuer 16. Juni 1939 Laut offiziellen Berichten wurde der Unfall Wahrscheinlich durch ein Problem im Maschinenraum ausgelöst Außerdem hat man festgestellt Dass alle Sicherheitsprotokolle völlig unzureichend waren Und es mehren sich Gerüchte über den geistigen Zustand des Bootsmaschinisten Der Eigentümer der Compass Lily bekräftigte sein tiefes Mitgefühl für das Was geschehen ist Und versicherte, dass von nun an die höchsten Sicherheitsstandards eingehalten werden Ich glaube da ist noch was Es war eine lange Woche und sie wird noch viel länger Alle haben nach dem Bootsunglück Extraschichten gearbeitet Niemand weiß mehr, was man noch sagen soll Meine Schwester ist auf dem Boot gestorben, aber ich gebe trotzdem alles Diese Patienten brauchen uns Selbst jene, die nicht mehr als ausdruckslos Nicht mehr als ausdruckslos ins Leere starren können Selbst jene, die mit ansehen mussten Wie ihre Freunde und Angehörige wegen eines wahnsinnigen Ertrinken Und diesen Albtraum immer noch durchleben Wir tun alles, was wir können, weil wir es müssen Schwester Elisabeth Daniels Puh Diese Gottesfrommen Naja, es ist ne gute Sache, den Leuten zu helfen Äh, was ist das denn? New Kipling Police Department, Zwischenfallsbericht Datum 7. März 1933 Wir erhalten ununterbrochen anonyme Meldungen Von besorgten Leuten über Leichen, die ans Ufer gespült wurden Diese Berichte werden meist von Zeugen begleitet Die angeben, dass die Verstorbenen Gefängniskleidung tragen Die mit der Anstalt auf Mid-Island übereinstimmt Aber jedes Mal, wenn wir an dem Ort des Geschehens eintreffen Sind die Leichen auf mysteriöse Weise verschwunden Das einzige, was uns erwartet, sind ein paar Krähen Wir behandeln diese Anrufe bis auf weiteres mit niedriger Priorität Vermutlich sind es nur ein paar Kinder, die sich einen Scherz erlauben Oh wow wow, ich glaub das nicht so ganz Was wiederkehrend ist, die Augen, die Krähen und die Geister, die viele sehen Es muss ne Verbindung haben Was haben wir damit zu tun? Und das Labyrinth natürlich Ach sieh mal, das ist der Brand Ja Meinst du? Was für ein Schicksal, Mensch Ich will es wissen, Sarah, warum sagst du nichts? Ja, ich weiß, ich sag ja oft, sie soll die Klappe halten Aber nur wenn es wieder rumningelt von wegen da vorne, seh ich was Ach ja, natürlich ist das hier wunderbar, ne? Das ist ein... Das ist ein gruseliger Wald Das ist gruselig hier Die greifen gleich nach mir Da ist was in der Mitte des Waldes Was ist das? Wie lange nehme ich jetzt eigentlich schon auf? Ich weiß es gar nicht Ach komm Ja Jetzt wollte ich grad mal die kurze Uhr und dann... Ja, 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 ich hör dich doch Mach nicht so Theater Alter Schwede Joe, ich habe Warner und Morgan für das Begutachtungsteam ausgewählt Sie werden mit der Pfahlrahmen den gelockerten Boden nach dem Test stabilisieren Brian Welchen Test und... Ah, es ist nur eine Eule Vorne ist noch was Was Rundes, könnte ein Runden sein Die schnauze jetzt Die schnauze jetzt, bitte Da ist noch was Das will ich haben Ich muss es haben, ich brauch fünf Relikte New Kipling Herald Unfälle und Gerüchte plagen Hospizprojekt Mid-Islandheim 7. Januar 1987 Der Aktienkurs von G&C Investment Corp. ist gestern inmitten schädlicher Gerüchte um das ohnehin bereits krisengeschüttelte Bauprojekt um 30% gesunken Laut einer anonymen Quelle im Unternehmen wurden vor Ort mehrere Gräber entdeckt, die mehr als 300 Jahre alt sein sollen Obwohl über den Inhalt der Gräber nichts bekannt ist, mutmaßte derselbe anonyme Kontakt Es könnte sich um archäologische Überreste amerikanischer Ureinwohner handeln Wenn das stimmt, könnte das den Bau weiter verzögern oder gar zum völligen Stillstand bringen Oh Mann, Leute Wisst ihr was? Ich mach nochmal ne kleine Pause Ja, es ist grad so schön, ne? Bevor ich wieder anfange zu schreien Im Moment geht's ja noch Warum ist mein Akku so niedrig hier? Hat das was zu bedeuten? Ich weiß es nicht Aber Leute, lasst mir doch was Schönes da Gebt mir ein Like, wenn's euch gefallen hat Auch wenn's sehr textlastig war und nicht so gruselig Aber das kommt bestimmt, vertraut mir Leute, bis zum nächsten Mal mit Daylight Ich weiß es nicht, wie es ist, 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 wie es ist,